Hallo! Wie man einen Text von Google vorlesen lassen kann, weiß wahrscheinlich jeder. Wie man diesen Text dann aber als MP3-Datei runterladen kann, ohne dabei das auf unprofessionelle Weise einfach aufzunehmen vom Computer, das zeige ich euch jetzt. Google-Übersetzer kennt wahrscheinlich jeder schon. Man kann hier Texte eingeben, zum Beispiel den Text Hallo Welt. Ja, und wenn man auf dieses Lautsprecher-Symbol draufdrückt, dann wird das vorgelesen. Das sollte jeder kennen. Nun, was im Hintergrund passiert ist, dass eine MP3-Datei auf dem Google-Server generiert wird und runtergeladen wird, um sie dann abzuspielen. All das passiert im Hintergrund, das heißt der Benutzer sieht diese MP3-Datei nicht. Sie wird aber trotzdem runtergeladen. Wie kann man diese Datei also abfangen? Ganz einfach. Es gibt die sogenannten Entwickler-Tools. Sie kann man erreichen, indem man einen Rechtsklick macht und auf Prüfen drückt, also jetzt hier in Chrome, oder indem man bei weitere Tools auf Entwickler-Tools geht. Und bei diesen Entwickler-Tools, die, wie der Name schon sagt, für Entwickler da sind, um ihr Programm zu debuggen, zu kontrollieren, gibt es den Reiter Network. Und in diesem Reiter werden alle Dateien angezeigt, die runtergeladen werden im Hintergrund. Jetzt drücke ich also mal hier auf Anhören. Ja, das war sehr spektakulär. Und tatsächlich taucht hier eine Datei auf, vom Typ Media. Das ist eine MP3-Datei. Diese können wir uns hier anzeigen lassen, indem wir hier raufklicken, also einen Rechtsklick darauf machen. Und ich schiebe das mal etwas nach oben. Und dann auf Open Link in New Tab drücken oder eben im neuen Tab öffnen. Und das zeigt uns die Datei so an. Ja, also wir haben schon mal jetzt die Tondatei in einem eigenen Reiter hier. Man kann vielleicht sogar diese API noch verwenden ohne, aber egal. Und diese Datei können wir nun herunterladen, indem wir einen Rechtsklick darauf machen und auf Video speichern unter. Oder Audio speichern unter, vielleicht haben die das schon behoben. Raufklicken. Dann wählen wir uns einen Ort aus, wo das hin soll. Das ist in meinem Fall jetzt hier bei Videos kommt das rein. Und diese Datei nenne ich jetzt einfach mal HW für Hallo Welt. So, das speichere ich. Und da ist unsere Datei. Hallo Welt. Ja, es funktioniert und wir haben eine MP3-Datei mit der Vorlesung von Google. Das, man kann natürlich auch, ich habe das jetzt eben geschlossen, aber man kann natürlich auch den Reiter geöffnet lassen. Und so kann man sehr schnell sehr viele MP3-Dateien generieren und runterladen. Was nützlich ist, wenn man zum Beispiel ein Filmprojekt hat, wo man die Stimme von Google verwenden möchte. So, das war mein kleines Erklärvideo und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie man das gleiche mit anderen Vorlesediensten machen kann. Außer jetzt diese Spezialisierten mit schlechter Qualität. Also zum Beispiel die Stimme von Siri. Das wäre jetzt mal interessant, ob man da auch eine MP3-Datei runterladen kann. Oder ob man wie so ein dreckiger Anfänger das dann vom Lautsprecher aufnehmen muss oder so in der Art. Naja, das war jedenfalls diese Technik und ich hoffe, dass sie irgendjemandem geholfen hat. Ich habe sie schon öfters angewendet. Und das war's für heute von mir. Und das war's für heute von mir.